Hallo und herzlich willkommen zum Übungsvideo zum Thema Gleichungen. Wir werden in diesem Video eine quadratische Bruchgleichung lösen, indem wir die quadratischen Lösungsformeln benutzen. Dazu sprechen wir aber zuerst über den Definitionsbereich dieser Gleichung. Wie gewohnt rechnen wir wieder gemeinsam. Los geht's. Folgende Gleichung ist gegeben. Zweimal Klammer auf x plus 4 Klammer zu durch Klammer x minus 15 Klammer zu ist gleich. Klammer auf minus x plus 1 Klammer zu durch Klammer auf x plus 5 Klammer zu plus 120 durch x Quadrat minus 10x minus 75. Als erstes kümmern wir uns um den Definitionsbereich. Das heißt, wir müssen uns überlegen, für welche Zahlenmenge unsere Gleichung überhaupt definiert ist. Erst dann können wir uns um die Lösung kümmern. Mathematik und nicht definiert. Weißt du, welche Operation ich im Zusammenhang mit unserer Bruchgleichung meine? Die Division durch die Zahl 0 ist nicht definiert. Wir müssen also alle Nenner unserer Gleichung untersuchen und herausfinden, für welche Zahlen x diese 0 ergeben würden. Diese Zahlen schließen wir dann aus dem Definitionsbereich aus. Beginnen wir mit dem Nenner x minus 15. Für welche Zahl x ergibt x minus 15 0? Wir betrachten die Gleichung x minus 15 ist gleich 0. Als Lösung erhalten wir x ist gleich 15. Erhalten wir später 15 auch als Lösung unserer Bruchgleichung, dürfen wir diese nicht verwenden, weil wir hier durch 0 dividieren würden. Wir müssen also x gleich 15 von vornherein aus unserem Definitionsbereich und dadurch später aus unserer Lösungsmenge ausschließen. Weiter geht's mit dem Nenner x plus 5. Wir lösen x plus 5 ist gleich 0 und erhalten x gleich minus 5. Als letztes bleibt uns noch der Nenner x² minus 10x minus 75. Wir lösen die quadratische Gleichung x² minus 10x minus 75 ist gleich 0. Überlege selbst, mit welcher Formel du diese quadratische Gleichung lösen kannst und berechne alle Lösungen. Quadratische Gleichungen der Form x² plus p mal x plus q ist gleich 0 können mit der kleinen Lösungsformel gelöst werden. Diese lautet x12 ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p zum Quadratviertel minus q. p ist bei uns minus 10 und q gleich minus 75. Wir setzen die Formel ein und erhalten x12 ist gleich 10 halbe plus minus Wurzel aus 100 ist gleich 5 plus minus 10. x1 ist also gleich 15 und x2 ist gleich minus 5. Wir erhalten hier nochmal die selben Zahlen wie zuvor. Als Definitionsbereich groß d können wir somit die Menge der reellen Zahlen ohne minus 5 und 15 wählen. Definitionsbereich check. Jetzt können wir uns sorgenfrei an die Lösung unserer Bruchgleichung machen. Ich habe die Gleichung hier nochmal aufgeschrieben. Da wir es hier mit einer Addition von Brüchen zu tun haben, bringen wir diese zuerst auf gleichem Nenner. Dabei hilft uns unsere Erkenntnis von vorher und der Satz von Vietta. Dieser besagt nämlich, dass wir die quadratische Gleichung x² minus 10x minus 75 mit den Lösungen 15 und minus 5 auch als Produkt Klammer x minus 15 mal Klammer x plus 5 schreiben können. Du kannst das durch ausmultiplizieren schnell überprüfen. Somit haben wir den gemeinsamen Nenner gefunden, da wir alle unsere Brüche auf x² minus 10x minus 75 beziehungsweise x minus 15 mal x plus 5 erweitern können. Ich schreibe zur besseren Übersicht die Bruchgleichung nochmal auf. Den ersten Bruch müssen wir mit Klammer x plus 5 erweitern, um auf den gemeinsamen Nenner zu kommen. Wir erhalten zweimal Klammer x plus 4 mal Klammer x plus 5 durch x minus 15 mal x plus 5. Schaffst du die restlichen Brüche alleine? Den zweiten Bruch erweitern wir mit x minus 15. Das ergibt Klammer auf minus x plus 1 Klammer zu mal Klammer x minus 15 durch Klammer x plus 5 mal Klammer x minus 15. Den restlichen Term können wir unverändert abschreiben, da wir hier bereits den passenden Nenner haben. Ganz schön viel Schreibarbeit so eine Bruchgleichung. Aber wir machen uns das Leben gleich wesentlich leichter mit folgender Äquivalenzumformung. Wir multiplizieren mit dem gemeinsamen Nenner, wodurch sich dieser wegkürzt und wir die Brüche los sind. Ich bezeichne den Nenner hier mit Groß N, um Platz zu sparen. Wir schreiben die verbleibende Gleichung auf. Jetzt bist du wieder gefragt. Multipliziere alle Klammern aus, fasse zusammen und forme so um, dass du eine quadratische Gleichung der Form ax² plus bx plus c ist gleich 0 erhältst. Durch ausmultiplizieren erhalten wir zweimal Klammer x² plus 5x plus 4x plus 20 Klammer zu ist gleich minus x² plus 15x plus x minus 15 plus 120. Jetzt fassen wir zusammen und multiplizieren noch mit 2. Das ergibt 2x² plus 18x plus 40 ist gleich minus x² plus 16x plus 105. Wir bringen alles auf die linke Seite und erhalten die quadratische Gleichung 3x² plus 2x minus 65 ist gleich 0. Zum Lösen könnten wir durch 3 dividieren und wieder die kleine Lösungsformel verwenden. Zur Abwechslung verwenden wir aber die große Lösungsformel oder ABC-Formel. A ist bei uns 3, b ist gleich 2 und c ist gleich minus 65. Wir setzen ein. x12 ist gleich minus 2 plus minus Wurzel aus 4 plus 4 mal 3 mal 65 dividiert durch 2 mal 3 ist weiter gleich minus 2 plus minus Wurzel aus 784 dividiert durch 6 ist gleich minus 2 plus minus 28 durch 6. x1 ist also gleich 26 Sechstel ist gleich 4 ganze 1 Drittel. Und x2 ist gleich minus 30 Sechstel ist gleich minus 5. Minus 5 kommt uns doch bekannt vor, oder? Minus 5 ist nicht in unserer Definitionsmenge groß d enthalten. Unsere Gleichung ist für x gleich minus 5 also nicht definiert. Daher klammern wir diese Lösung ein. In unserer Lösungsmenge ist nur die erste Lösung, 4 ganze 1 Drittel, enthalten. Somit haben wir unsere Bruchgleichung gelöst. Wir sehen uns bei der nächsten Lektion.